Ja, hey Leute, ich möchte euch heute mal ein paar Apps für das iPad vorstellen. Ich will ja auch, denke ich mal, noch so eine Reihe, so Spiele auf dem iPad oder so machen. Da kommt bestimmt noch was, aber heute zeige ich euch mal ein paar Apps, dass ihr mal so einen kleinen Einblick habt. Als erstes möchte ich euch die Einstellungen zeigen, weil da viele ganz erschrocken waren. Ah, wie sieht denn das aus? Da finde ich mich ja niemals zurecht. Ist eigentlich total simpel. Also, wenn ihr jetzt beim iPad die Einstellungen habt, wenn ihr da reingeht, dann sieht das eigentlich nicht viel anders aus. Und zwar habt ihr hier in den Einstellungen einfach die Punkte, die jetzt hier an der Seite stehen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel auf Wi-Fi drücke und hier auf Wi-Fi, dann sehe ich sofort hier drüben, was jetzt hier erst aufgemacht wird. Also ist genau dasselbe wie auf dem iPad, nur dass ich hier vorne die ganze Zeit schon diesen Auswahlscreen von hier habe. Von daher sehr simpel und man findet sich auch zurecht. Ja, da gibt es unter, man hat jetzt hier noch Bilderrahmen mit, weil man kann das ja auf dem Lockscreen auch als Bilderrahmen verwenden. Wenn man einfach hier unten auf diesen Knopf da drückt, dann wird das sozusagen ein digitaler Bilderrahmen. Finde ich, es sieht toll aus. Ich habe hier einfach mal ein paar Fotos eingespielt. Dann kann man unter Helligkeit und Hintergrund die einzelnen Hintergrundbilder festlegen. Das geht auch in der Foto-App, da werde ich euch das jetzt zeigen, also in den Fotos. Wenn ich da jetzt einfach das hier mal aufmache, blickt dann hier als Hintergrundbild. Dann kann ich das für den Home-Bildschirm und den Schwerbildschirm verwenden. Also ganz einfach, ganz simpel. Ja, wie gesagt, ich möchte euch ein paar tolle Apps zeigen. Fangen wir an mit N24 HD. Perfekt angepasst für das iPad, die N24 App. Die habe ich auch auf meinem iPod hier immer verwendet. Die ist sogar auf der ersten Seite. Und jetzt gibt es die HD für das iPad. Ja, kann man schön durchswitchen. Hier unten hat man einen Resorts und kann direkt diese Sachen machen, die auch in der N24 App für das iPhone und den iPod gehen. Und kann sich die ganzen Artikel angucken. Was auch ein ganz klasse Feature ist, im Safari Browser, hier will ich mir gerade zum Knettmerk mal das erste Review angucken, aber das wollen wir jetzt nicht machen. Wie gesagt, möchte ich euch jetzt mal die Video-Funktion zeigen. Die finde ich nämlich sehr interessant. Ich kann ein Video direkt im Fenster abspielen auf dem iPad oder aber das Ganze hier vergrößern und auch wieder kleiner machen. Oder ich nehme einfach zwei Finger und ziehe es auseinander. Das geht auch wieder zusammen. Eine sehr interessante Funktion. Finde ich persönlich ziemlich cool. Wenn man auf YouTube, auf youtube.com.html5, die HTML5-Beta aktiviert, kann man das Ganze auch auf YouTube machen. Funktioniert auch. Habe ich schon probiert. Aber gut, machen wir erstmal weiter mit den besten Apps. Und zwar haben wir da einmal Pages und Keynote, die ja auch schon auf der Keynote von Apple vorgestellt wurden. Ich sage euch jetzt erstmal Pages. Damit könnt ihr sozusagen Dokumente, Word-Dokumente erstellen. Meiner Meinung nach ist das ziemlich cool. Also ihr könnt auch hier ranzoomen und die ganzen Sachen anpassen. Gibt es auch ein schönes Tutorial hier als Test. Und da kann ich nur sagen, das ist wirklich schön gemacht. Ich kann unter meine Dokumente ganz einfach hier unten das Ganze per E-Mail versenden, exportieren oder auf iWork hochladen. Und exportieren bedeutet, dass das sozusagen in den Speicher des iPads eingelegt, reingemacht wird, wo auch die Fotos sind. Und man kann das Ganze dann einfach per USB auf seinen Computer ziehen. Und das Ganze gibt es auch als Word-Dokument. Und man kann das Ganze dann auch per E-Mail verschicken und das dann am Computer weiter bearbeiten. Das haben wir alles schon getestet. Dann haben wir Keynote, das sozusagen Excel-Programm für das iPad. Und die habe ich jetzt noch nicht gemacht. Wir gucken jetzt einfach mal das Original an. Man kann das sehr schön hier auch abspielen oder einfach drauf tippen oder einfach so weiterziehen. Das geht auch. Und wenn man so macht, kommt man sozusagen eine Folie zurück. Aber man kann auch einfach drauf tippen, um auf die nächste Folie zu kommen. Es gibt auch schöne Animationen, wie ihr hier seht. Und ja, einfach wunderschön gemacht. Es ist einfach klasse, auch wie das sich so zusammenschiebt. Nichts ist unmöglich mit Pages. Hier ist wieder dasselbe. Wenn ich Doppelklick mache, komme ich übrigens wieder aus der Präsentation zurück. Kann das Ganze ja auch wieder exportieren. Allerdings hier nur als Keynote- und PDF-Datei und nicht als PowerPoint-Datei. Schade. Und man kann eine neue Präsentation starten oder das Ganze duplizieren. Oder diese Präsentation löschen. Kann man natürlich auch machen. Die nächste schöne App, die ich euch vorstellen möchte, ist der iBookstore. Habe ich ja vorhin im ersten Review-Video schon mal gezeigt. Und ja, ich finde es persönlich ganz schön, wie man die Bücher lesen kann. Es tun einem auch nicht die Augen weh. Das finde ich sehr praktisch. Von daher kann ich nur sagen, wunderschön gemacht. Als nächstes haben wir Focus-App. Auch angepasst. Ist sozusagen eigentlich dasselbe in grün wie N24, nur von Focus eben. Es gibt da auch Apps, da bin ich mir immer nicht ganz sicher. Ich glaube, die Build-App ist eine, die muss man sozusagen abonnieren. Die kostet dann Geld. Ja, wie gesagt, Backgrounder funktioniert für das iPad. Ist auch angepasst von der Größe her. Aber ich will das iPad jetzt nicht drehen. Ja, oder so. Ja, da kann man eben jetzt Backgrounding einstellen. Und das funktioniert auch alles. Also Backgrounder funktioniert für das iPad. Solltet ihr euch unbedingt angucken. SB-Settings natürlich. Jailbreak-App funktioniert ebenfalls auf dem iPad. Ich kann hier ebenfalls die Helligkeit einstellen. Und ihr seht schon, ich kann die Helligkeit extrem verändern. Aber ich finde, das ist jetzt die beste Helligkeit. Man erkennt es gut im Zimmer. Wirklich gut im Gegensatz zum iPod. Wenn ich den nämlich auf die niedrigste Helligkeitsstufe stelle, da, dann erkennt man da im Zimmer fast überhaupt nichts mehr. Also im Gegensatz zum iPad ist das schon ungefähr die Hälfte oder etwas mehr als die Hälfte auf dem iPod. Ja, soweit dazu. Eine schöne App ist natürlich Soundrop. Soundrop hat mich meine Schwester gerade darauf hingewiesen, dass das so heißt. Habe ich ja schon mal im vorherigen Video gezeigt. Oder auch nicht. Kommt ganz drauf an. Und wenn ich da jetzt den Ton anmache, kommen da mal schöne Töne her. Das geht natürlich nicht mit dem iPod. Da ist der Screen einfach viel zu klein. Da würde so ein Programm gar keinen Spaß machen. Aber hier auf so einem iPad macht das doch ordentlich Spaß, sowas zu benutzen. Auch wenn der Ton irgendwann ganz schön nervig sein kann. Aber es geht und es macht Spaß. Dann haben wir natürlich Doodle Jump. Das ist allerdings keine HD-Version, sondern kann man auch jetzt einfach nur verkleinern. Da ist hier unten ein Button. Da steht zweimal drauf. Und wenn ich da drauf klicke, wird das Ganze groß. Und wenn ich nochmal drauf klicke, da steht dann übrigens einmal drauf, wird das Ganze wieder klein. Und dann kann ich sozusagen Doodle Jump in einer Mega-Auflösung spielen. Da waren alle in meiner Klasse, als ich das mit in der Schule hatte, einfach ganz neidisch drauf. Die wollten alle Doodle Jump in einer verpixelten Version und riesig spielen. Ich sag mal, warum nicht? Bio-Defense ist ein schönes Spiel. Da muss man sich wehren gegen solche Zombies, die da langlaufen. Aber eigentlich wollte ich das jetzt nicht zeigen. Weil ich glaube, ich war gerade tot. Also ist sozusagen ein Strategiespiel. Genauso wie Command & Conquer. Hier, aber das will ich jetzt auch nicht zeigen. Das wird sonst nur zu lang. Das sind alles HD-Spiele. Viele sind ganz lustig. Natürlich funktionieren auch, wie gesagt, die iPhone- und iPad-Touch-Spiele, wie Fastlane oder MX Mayhem. Das will ich hier an der Stelle mal zeigen. Weil das macht doch eigentlich Spaß. Auch wenn es jetzt so groß ein bisschen verpixelt aussieht. Aber man kann eigentlich ganz gut fahren. Einfach hier auf Go. Und es geht schon. Macht auch Spaß. Nur mit dem Drücken ist immer etwas schwierig. Aber nichts ist unmöglich. Und es macht ja auch Spaß. So, okay. Eine noch schöne App ist Pocket Pond. Sozusagen ein virtuelles Aquarium. Unterstützt auch Multi-Touch. Ich kann mit mehreren Fingern drauf. Wunderschön. Ich liebe es. Wollte ich jetzt nur mal gezeigt haben. AdScan und Sparkle HD kosten glaube ich beide 4-5 Euro. Bin mir nicht ganz sicher. Oder 3 Euro. Keine Ahnung. Ja, Pages Keynote jeweils 8 Euro. Tap Tap Radiation. Wer ein iPad hat, sollte sich dieses Spiel laden. Tap Tap kennt glaube ich jeder. Tap 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 Tap. Wie auch immer. Gibt es auch für iPhone, iPad Touch. Aber das möchte ich jetzt nicht zeigen. Das Schöne an diesem Tap Tap ist, dass man große Blasen hat, wo man drauf drücken kann. Dann viele Spiele gibt es für das iPad. Aber natürlich auch Twitter Clients. Das wollte ich auch noch zeigen. Genau. Twitter für das iPad. Wunderschön. Und warum geht hier jetzt Musik an? Ja, egal. Hier kann man sogar Audioboos abspielen, während man noch hier surft. Und dann sehe ich jetzt hier die neuesten Tweets. Wie gesagt, wer Fragen hat an mich, kann das gerne machen. Zum Beispiel fragt der Jens hier gerade, warum sein iPad noch in Hongkong ist. Ich sage nur, zu spät bestellt. Ja, 1836 am ersten Tag war schon sehr, sehr spät. Ja, da habe ich... Man, da war ich ja sogar eher... Nee, da war ich sogar später. Hä? Ist ja lustig. Naja, man kann es nicht ändern. Tut mir leid. Ihr könnt es jetzt nicht ändern. Gut. Ich wollte nur noch sagen, abonnieren, kommentieren, bewerten. Und ja, wenn ihr Fragen habt, einfach stellen. Ich beantworte die Fragen einfach hier in einem Ad Reply. Reply, könnt ihr mir die Fragen stellen. Und der aktualisiert jetzt hier auch gerade. 16.17 Uhr. Was ganz lustig ist, ihr seht, das iPad lädt gerade. Andererseits, wenn ich es an meinen Computer anstecke, hier drüben, lädt das Ganze nicht. Das liegt dran, dass es braucht ein Netzteil, was mindestens 10 Watt hat. Und das ist USB 3.0. Ich habe aber bei mir nur USB 2.0 dran. Und deswegen steht immer da, lädt nicht. Zum Glück ist da ein Netzteil mitgeliefert, weil am Computer würde das iPad bei mir nicht laden. Das wollte ich noch gesagt haben, weil es bestimmt manche interessiert, warum da eben Läd nicht dasteht. Winterboard funktioniert für das iPad, allerdings geht das im Landscape-Mode noch nicht ganz so richtig. Da gibt es noch ein paar Probleme. Also Winterboard empfehle ich euch noch nicht, aber ansonsten ist das iPad wirklich ein schönes Ding, das ihr euch unbedingt laden solltet, äh, kaufen solltet. Ist Geschmackssache, aber wie gesagt, mir gefällt es gut. Und deshalb, danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Und natürlich abonnieren, kommentieren, bewerben.